3, 2, 1 Herzlich willkommen im Elevator-Pitch von Radio Frankfurt. Der Aufzug fertigt direkt in die spektakulären Skyline-Studios. Du hast jetzt 40 Sekunden Zeit, dich und deine Idee vorzustellen. Es geht los! 3, 2, 1, go! Ja, hallo, ich bin Peter von der Resolve, Chief Commercial Officer. Felix, gib mir 40 Sekunden, Resolve vorzustellen. Ja, was wir machen ist, wir tun etwas Gutes. Wir helfen, gegen die Verweisung der Innenstädte vorzugehen, dem Handel zu helfen, leicht und einfach mit Kunden in Kontakt zu treten und den Konsumenten jederzeit die Informationen zu bekommen, die sie brauchen. Einfach, schnell, unkompliziert. Und immer mit dem Smartphone in der Hand. Das ermöglicht jeden, jederzeit und überall die richtigen Angebote zu bekommen. Viel Spaß gleich auf die Show. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!